Ich bin auf der Suche nach ***. Habt ihr was zum Rauchen? Nein! Wie geht's euch? Ja. Alles gut, oder? Genießt ihr die Sonne? Schönes Wetter. Hoffentlich bleibt es so. Ich wollte nur sagen, das wisst ihr noch nicht, aber dieser Bereich ist reserviert. Jaja, ich muss es sagen, sonst geht es nicht anders. Weil hier sollen halt andere Leute hin, weißt du? Entschuldigung, was macht ihr hier? Habt ihr noch was vor heute, oder seid ihr einfach nur hier? Einfach nur hier. Eine Decke oder ist doch nicht da, um uns hinzusetzen? Ja. Okay. Da müsst ihr leider gehen jetzt, tut mir leid. Ohne Decke lauft hier keiner. Entschuldigen Sie, darf ich dir was fragen? Ja. Aber es ist was ganz Persönliches. Ich hab ein richtig, richtig großes Problem. Mit was? Ich weiß nicht, wie du das sagen soll. Aber ich hab meine Telefonnummer verloren. Und da wollte ich fragen, ob ich eine Kira haben kann. Wäre das möglich? Meine Telefonnummer, mir was? Ja. Nur so, damit ich ein bisschen cooler. Damit du cooler bist. Genau. Ja. 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 Ist schon okay. Ja. Ich bin auf der Suche nach ***. Habt ihr was zum Rauchen da? Nein. Sorry. Ich bin beim Auto da. Was? Im Auto? Ja! Okay. Sind sie alleine? Okay. Weißt du, ich hab ein richtig großes Problem. Kannst du mir da helfen? Und zwar, ich hatte vor... Ich hab mir vor zwei Tagen ein Handy gekauft. Okay. Und jetzt hab ich meine Telefonnummer verloren. Ich hab mal rumgeschaut und da hat irgendwie so ein Licht geblinkt und das warst du. Letztendlich wollte ich fragen, ob du mir vielleicht deine Nummer ausleihen kannst. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ich muss euch sagen, ihr dürft ohne Decke hier nicht sitzen. Ohne Scheiß. Ihr müsst eine Decke haben. Ohne Decke dürft ihr nicht sitzen. Wir müssen leider holen. Ich hab eine Anordnung. Ihr müsst eine Decke haben. Es sind in der Vergangenheit ein paar Dinge vorgefallen und seitdem müssen wir aufpassen, die Leute auf einer Decke sitzen. Wenn man seine Telefonnummer verliert. Wenn man seine Telefonnummer verliert. Kennt ihr das Problem nicht? Und deshalb wollte ich fragen, ob ihr so lieb und so nett ausschaut, auf dem ich vielleicht eure Idee bekomme. Das war's. Aber könnt ihr mir trotzdem einen Gefallen tun? Ein kitzeklein Gefallen? Ist nicht so wild. Ist wirklich nicht so wild. Schaut sie mal nach der Winkel. Sieht ihr die? Und winkt mal in die Kamera. Einmal winkt geht schon, oder Leute? So langweilig sind wir da unten. Einmal winkt. Dankeschön. Das war eine gute Anmache. Aber können sie mir einen Gefallen tun? Schauen sie mal an die Kamera. Gängerei lächeln. Danke schön. launch Leute interpretieren. Mach es echt nicht? Mach es echt nicht zu lösen aus? Nichts zu lösen. nome Genau, Leitaken. Gefallen sich. Video Campuschsange E fèven EU